Steven, du musst hoch, blind! Steven! Es geht nicht, es geht nicht! Nein! Alter! Willst du mich verarschen? Du kleiner Pisser! Jetzt reicht doch nicht aus! Aber was ist jetzt hier los, Alter? Hä? Hörst du das auch? Ich weiß nicht, wie wir hier durchkommen. Hörst du das auch? Hä? Schau mal, was du unten hast. Das ist ein Rift. Ein Rift. Steven, lass da rein. Ja. Okay. Drei, zwei, eins. Go! Oh! What the fuck? What the fuck? Junge! Ich will vergessen, dass du dich hier automatisch nimmst. Lol. Steven? Ich hab vergessen, dass du dich hier... Ja. Ja, ich hab vergessen, dass du dich hier auswählen musst. Ich dachte mir gerade schon, hä? Ich dachte mir gerade schon, hä? Wieso löst der sich nicht automatisch? Da sieht man zu viel Fortnite gezockt. Also Leute, frohe Weihnachten euch auf jeden Fall. Wir wollten in GTA auch noch eine Schneeballschlacht machen. Und... Scheiße. Und deswegen haben wir die ganze Show hier aufgespielt. Denn in Fortnite kann man das nicht so geil machen wie hier. Hier kriegt man nämlich Schaden und man kann einen K.O. machen. Das ist ganz cool. Ey, du kleiner Pisser. Ey, ah, ich hab... Ich hab... Einen Farnix, Leute. Einen Stern. Scheiße. Ich bin im Busch drin. Ey. Äh. Oh man. In der Dunkelheit sieht das so schön aus auch. Da. Ich spügel mich da. Da flüchte die Tieren mit einfach ins Wasser. Und in den Busch. Komm. Ich muss dir einen Headshot geben. Dann wird das Ganze auch... Äh. Pff. Nein. Hahaha. Stirb. Stirb Kartoffel. Spannend. Ähm. Heute nicht. Ja. Boah, das ist ein Schneeball. Ja. Nun. Also Leute, in GTA sind Schneeballer auf jeden Fall tödlich. Wie ihr seht. Hm. Ich... Ja, Steven. Mal schauen ob ich treffe. Headshot. Oh, was machst du? Hm. Ich hab... Ja, komm doch her. Komm. Ja, komm. Die Muckenhalle, die Muckenhalle. Ich mach... Ich mach euch fertig. Fertig. Ah, schade. Komm her jetzt. Verpiss dich doch nicht einfach. Ha. Ey. Ja. Ja. Was willst du jetzt eigentlich? Weiß ich auch nicht was. Hey. Hey. Ich hab ihn umgebracht. Ich hab ihn mit dem Schneeball... Oh doch nicht. Der lebt doch. Oh. Ja. Die sind bald nicht arg auf mich. Auf mich schon. Ja gut, komm. Heute ist Weihnachten, Steven. Alles friedlich. Komm einmal. Hehehe. 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 Yo, ich hab mir übrigens extra ne Lebkuchencap aufgesetzt. Nice, oder? Und ich bin der Ho Ho Ho. Happy. Ho Ho Ho. Der Schneeball in meine Hand. Warte. Hehehe. 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 Der rennt weg von... Der hat Angst vor Schneeballen. Hehehe. 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 Und Leute, abschließend das Fazit, was wir euch mit diesem ganzen Video eigentlich sagen wollen. Frohe Weihnachten nochmal. Jo. Jo. Wir fahren noch ein bisschen in der Landschaft rum. Hören ein bisschen Weihnachtsmusik und... Ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall noch. Schneeball. Wenn wir Weihnachtstage kommen, auf jeden Fall auch noch andere Videos. Und da würde ich sagen... Ja. Leute, feiert schön. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.